Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Oh nein. Sind schon durch. Schau jetzt. Das gibt es nicht. Ich treffe gerade überhaupt nichts. Elektro ist vorne. Oh, ich wäre doch drauf. Ah, nein. Ist der so schnell jetzt da durch? Der JW Stalin. Ja, er hat W-Druck. Wir haben wieder selber nichts getroffen. Nein, ich habe schon wieder gehofft. Ich bin gleich da drüben. Ich habe auch voll den Nerven geschossen. наконец. Ach, come on. Null habe ich angefangen. Schön. Oh, schön. Schön, oh, der hat sogar nur ein Kampf mitgebracht. Schöne Hatter Schöne Hatter Schöne Hatter Ok Wir sind Oster Mike Infendiary Schöne Hatter Er ist ganz hinten rechts Deploy Blastwrags Raa, voll Bank me Kassgex hat die Glustausch Hab ich eine Famaas gekauft Null Ich finde nur die T's sind ja glitt schnell Am Am Haupteingang da In Main Ja, weil sonst schon teilweise Ich glaube gar keine Chance mehr zum Osterku hat Aber gut, aber du kannst schon Komm Molli reinwerfen Direkt Oh, der ist schon durch Ohne ist da im Loch Den Oh, fuck Ohne ist durch Schöne über einem Eck Oben Schon Kfz ist jetzt abgelehnt Ja, es ist halt schon Ein kleiner CT Map Ja, es ist halt schon Ja, es ist halt schon ein kleiner CT Map Da haben wir jetzt schauen, dass wir ihn runter holen Blöd, dass man Pissraum verloren räumt Blöd, dass man Pissraum verloren räumt Habe 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 Ich hätte mal gerne eine AK bekommen Aber Sie kaufen leider keine Nein, sie kaufen keine Und ich komme auch nicht Also, hau einmal über den hintersten Zug Eine HE runter Der kletterte jede Runde, glaube ich, da runter Gefühlt Wird sehr gemeint, ich komme mal lang Habe Er ist schon durch Habe Der zweite muss da hinten Ja, glaube ich, mit Tigl da hinten Oh, der hat mir aber AK mitgebracht Diesmal Muss ich mir schnell gönnen gehen Ahja, der steht da hinten Egal, ein bisschen defensiv Ich habe mir noch schnell AK geholt Habe Immer noch nicht hin Hm Ja, kein Z mehr zum Rundum laufen Ja, der kann halt durchrisieren Gott nicht Ja, der kann halt durchrisieren Gott nicht Ah Ich wollte mir den gerade gönnen Ja Er war einfach durch Ich habe schon gewartet auf der anderen Seite Wo du gesagt hast, du siehst ihn nicht Aber ich habe mir einen Hatch durchgemacht Ja, ekelhafterweise Damit er so richtig gemeint Da wird die nicht cheatet Cool Flash Oh shit Oh shit Er ist oben Fuck Er ist 100er Mobi Er ist immer noch Er hat noch 40kp Beim Bombspot müsste er jetzt ziehen, glaube ich langsam Andere 40kp 40kp 903 sogar Schön Huch Klatsch Bruder Klatsch Kitt kauft Ha? Dass du jetzt mal ein Lärm schaust Hahaha Alter, scheinere AKGse Ja Frontside Müllabfuhr Hahaha Frontside Beschisti Die Letzte Runde Nein Er hätte doch auch mit B gekauft Ja Ich habe das mal gedacht Oh fuck Und da ist Elektro Fuck Er hat 50 AP Ja das war der Ah schade Aaaah Schade Ja Scheine Ja 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 Ich würde doch mal Ivo Allis anschalten Ja Wo du Bangeru Haha Ich bin jetzt rausgeflasht Bist du ready? Wir stehen einfach hinter mir Wird jetzt voll raus gepusht, okay. Der war kacke, der ist lang. Ah! 9 hab ich am Gehr. 92 KP hat er noch. Wow. Richtiger Progeber bist. Oh, schön. Ah, ich hab's mir noch gedacht. Oh Gott. Durch dein kleiner Kackspalt. Hab schon gekauft. Selma! Ja, sorry. Alles gut. In anderen Spielen, die ich jetzt nicht nahrendlich nennen will, könnte man auch wieder verkaufen. Alter. Ich steh da gar nicht. Was ist mit deinem Fall? UAH! Ah, der war ein Dropper, den. Ah, ich hab drüber geschaut. Wieso startet der als CT da im Dropper, den? Weil sie Gewinner sind. Comeback Israel. Wow. 6 Schreiber. Oh nein. Ja. Den Comebacken sie jetzt, glaub. Yes. Oh, sagen wir mal langer. Ja, ich weiß nicht. Erst probieren. Die haben mal schon geburnt und geprefired. Und geflasht. Und noch einmal geflasht. Hast du schon Kontakt, oder? Nein, ich weiß nicht. Was schießt denn dir? Ein Dicke, oder? Das war meine Dicke, oder? Das war meine Dicke, oder? Das war meine Dicke. Ah, ist hier auch nicht. Ah, der ist neben mir gestanden. Ah, der ist neben mir gestanden. Ah, der ist oben. Nice. Der ist oben. Der ist oben. Der ist oben. Ah, scheisse. Hat der eine AWP gekämpft, oder? Nein, M4. Aber ich hab nur ein Auge gekämpft. Auge. Kleine Auge. Er hat den rechts neben der Tür gewartet. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Wo er den auf dich geschossen hat, bin ich raus. Dann hab ich ihm ein Quante abgeholt. Am Mexikanischen. Dann sind wir mal ein Klein nervös. Ich vielleicht einen Headshot. Hoff ich doch. Ich bin voll flashed. Ich hoffe, das war's nicht du. Das war's. Und dann war wieder Heaven. Der eine ist hinter der Bombe. Warte mal, ich flash mal. Oh, der will mich. Ah, schade, er ist hinterm Zügel, 44. Was ist das für eine komische Position? Ja, halt. Er hat natürlich eine Position gesucht, wo er möglichst von all einer Seite getroffen wäre. Ja. Weg bringen. Oh, beide, sie haben mich gerusht. Sein Partner. Ja, er hat gemeint, ich komme wieder rundum. Ja, er hat gemeint, dass ich meinem Partner keine Info gebe und halt sage, dass beide gerusht sind. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder da bin. Naja. ballov- Japan Mai 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 Vielen Dank.